so sind also nicht angekommen beim großen Kampf gegen Markus und wie ich gesehen habe mit Magie ja das ist noch mal wenn man Blitz macht gegen Blitzangriff ein anfällig mein ich glaube ich zumindest aber äh heilen V3 Malo Hass auf Krono und ich jetzt nur mit Güter 2 also wenn ich mich hier vertan habe dann lasse ich das mit Magie und greife lieber so an naja doch das funktioniert so ja jetzt nur Schatten aber sag ich nichts mit Schatten habe ähm muss ich so angreifen das auf Fog ist der gegen Blitz anfällig aber wie gut das Fog jetzt ankommt weil ich dringend ein Heel brauche fallen gewitter 2 und du machst kraft eventuell auf Krono ja 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 weil ich mache so ich mache extrem wenn ich schaden irgendwie ok so jetzt kann nur Fog angreifen mit Magie ja ich habe mich Krono nochmal angreifen ok ich lasse nochmal ja Drecksack mein kraft auf vork also hast ja alles ernst halt angriff und angriff kraft auf malen ja gut mit schatten können wir nicht anfangen ok dass wir mal etwas anschlagen weil er ist so in die verteidigung von marcus platt macht also magie verteidigung wenn ich mich da ist nicht mehr lesen das ist gut sobald er mich jetzt wieder auf wind wechselt auf gewitter schlag ich ihm den schädel ein braucht uns am meisten ich hoffe er wechselt jetzt nicht dann kann ich mit krone angreifen geht er zwar noch mal noch mal ein angriff kraft auf maler ja dann machte mal blitz perfekte idiot und wieder geht mit einem mann ist unter kombo gewitter maler angriff kraft ja ja das bleibt man gewittert ist mir recht und so eigentlich am ersten blatt wo er kann ich noch mal an ja er macht das mit vorken dreier hiel auf vork ich glaube das war nie verhindern bringt immer so arg viel ja der kampf ist etwas lang ok krone braucht ein äther jawohl jetzt kann ich nochmal angreifen ich glaube mal dass es war ein fehler wenn du das so gewechselt hast es kann ja lust und lange den arsch versuchen gut kraft maler ich selber jetzt war dann wir wollen uns vorab sexy natürlich wie es soll das sein x schlag oh der schaden hat reingehauen also hatte ich schon ziemlich voller energie das hätte aber gerade böse ins auge gehen können ja verdammt jetzt muss ich aufpassen denn die hast du immer nachs ist alle drei hochrasten dass ich schnell angreifen oder ja auch schneller heiler und weit und so weiter oh 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 ich glaube maler ist jetzt down ja ich brauche ein beleber aber schnell mal eine schnelle belebung und gleich mal ein 3er hinterher also das wäre jetzt genau macht glaube ich nicht ich müsste es alle drei belegen von einer pc man braucht wieder mehr magie und dann macht es schon wieder dieser miese wichser macht es schon wieder hast auf chrono kommt schon kommt schon kommt schon schneller noch mal eine heilung auf drei angriff und hast auf sich selbst male ja so alle drei sind da aufgepufft so angriff hast du nicht hast du nicht die vier riskierten zauber zu deuten hat echt keine ahnung ich hätte mir auch gar nichts gebracht zwei jungs weiter und ich schlag technik kraft auf chrono chrono jetzt ist böse das so jetzt ist